hallo und willkommen zu einer weiteren folge der menschens roda und die shop news und kommen master ist mit mir immer gleich wir schauen wie denn die kommentare rein hier haben wir den ersten kommentar von tom der fan lohnt sich die jackpot preis box bs danke für die fragebeantwortung die jackpot preis box jackpot preis box jackpot preis box ich denke ich weiß was du meinst du meinst wahrscheinlich dass hier diese mamas altmutigeheimnis schatulle da unten steht nämlich jackpot preis schauen wir mal ins ding da rein so und das ist das sind die tollen möglichkeiten bekommen kannst also wenn er jetzt nicht gerade ausgerechnet bekommst das sind die charaktermarken große steine superpick stones da gibt es mal 2000 legey stones hier gibt es mal 2000 golden turds also ich habe es einmal gemacht und hätte versäulen können also weil da kamen dann nur so sachen raus wie hier mit solchen münzen solche kannister da und dann hier solchen sohn kannister und so eine flasche da und dann hier irgendwie sowas da und dafür möchte ich eigentlich und gerne meine meine mühsam erarbeiteten jams ausgeben da habe ich echt wenig bock drauf muss ganz ehrlich sagen und es soll natürlich leute geben die es tatsächlich geschafft haben dort mit sechs rauszuziehen aber dann weißt du wenn man hier gerade ein stewie drin ist dann möchte ich das dann doch eher das normale farm war mobile music die kannst du auch darüber die superpicks bekommen und und da ziehst du wenigstens legeys raus oder sowas oder irgendwas anderes also außer kannister und so ein käse da also ich halte von dem ding nichts wie gesagt es gibt leute die hatten damit schon erfolg ja dann gehen wir mal rein in den nächsten kommentar von old man snyder ich habe mir mal im shop ein gold pack gekauft also so ein golden turd pack und erst hatte ich disco krimi danach noch mal disco krimi und dann noch mal disco krimi zu fahren oder sind die packs schlecht so ja das ist jetzt natürlich eine frage die es nicht so einfach zu beantworten gibt momentan sind die erfolgs quoten relativ weit herabgesetzt worden wobei es aber immer mal solche sachen gibt also ich habe schon super epic packs aufgemacht dadurch 20 stück aufgemacht habe eine lege oder so oder keine rausgekriegt dann habe ich schon super fix aufgemacht habe ich zehn stück aufgemacht habe vier legeys oder drei legeys rausbekommen genauso war es auch bei den golden turds schon zehn stücke aufgemacht nichts rausgekriegt und schon zehn stück aufgemacht und 3 3 legeys rausbekommen oder so also es ist da steckste ich nicht drin also das ist eine reine wirklich eine reine glückssache und mit dreimal disco krimi hattest du tatsächlich extrem viel pech gehabt es tut mir ehrlich sehr leid ja dann geht es hier weiter dann haben wir hier mal also gehen wir jetzt mal rein in die shop news mama ist alt und gar nicht wie gesagt stu ich halte von dem kram nicht viel aber muss jeder für sich selber entscheiden hier gibt es was geiles ist die mythic farnsworth box mit cut screen of cats daraus bändet und dr amy wong und der professor farnsworth ist halt echt nice muss man dazu sagen um eben so ein ding da zusammen zu bekommen musst du wahrscheinlich geschätzte 17 solche boxen öffnen das heißt wartet bis irgendwann mal wieder so ein swole club oder ein special event ist wo man mythic fragmente bekommen kann und dann versucht den voll zu bekommen und die salon für konvention shrimpy shrimps mc griffin wendlätter in der hotties box von der ich nicht wirklich viel halte und dann kommen wir zur falcon attack box falcon attack quagmire die ist deutlich viel besser lois griffin hatten wir schon drüber gesprochen bin ich auch kein fan von dann geht es weiter jetzt kommen wir schon zur meisterschaft zur daily combo mastery gucken wir mal hier rein was da so aktuell am start ist hier haben wir die christmas trap und die christmas trap sieht folgendermaßen aus da meine louise mit waffen karten und wenn du die als mythic version hast ist die ich schon ziemlich nice auf jeden fall ich jetzt 500 gems dafür ausgeben würde letzten endes die leute die sehr weit vorne mitspielen für die ist das mit sicherheit ein interessantes angebot weiß ich nicht also muss jeder selber entscheiden ob er da die teuren gems für ausgeben möchte auf jeden fall ist eine gute kombo definitiv skydive in peggie ist jetzt allerdings weniger stark selbst mit einer peggie ist halt eine flugkombo das stärkste was sie rauskriegen kannst ist tatsächlich hier oben dieses planet express schiff und dabei so groß ist halt der unterschied das hatten wir ja schon mal gehabt das thema so groß zum peter kopp da ist der unterschied gar nicht und das eine ist hier echt die epic und das andere ist dann da unten die real version man sich die werte anguckt das ist nicht wirklich großartig unterschiedlich aber trotz allem das ist uninteressant absolut interessant so dann geht's weiter dann sind wir bei der pressen pressen break 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 mach.. supreme break break lemach b 102 black pack mac und die sieht folgendermaßen aus hier hast du jetzt tatsächlich einer mikrée fliege und dann schafft jetzt mal gemächt hier weil man sehen kann was hier im Maximum rauszuholen, ist sich halt ja von der McGriffin nicht wirklich viel. Aber hier kommt immerhin bei einer Maxed McGriffin mit einer Big Ass Gun 14-fach Cripple All raus und das ist natürlich nicht schlecht. Wenn man da jetzt nochmal 10% draufklatscht, dann bist du bei 15. Und wenn du nochmal was draufklatscht, dann bist du wahrscheinlich bei 17. 17-fach Cripple All, war ziemlich crazy. Ähm, insofern, ja, seht ihr von euch selbst überlegen, wenn er eine McGriffin im Deck hat und Waffenkarten, Cripple All in dieser Fülle ist natürlich nicht schlecht. So, dann, ähm, kommen wir zu Diamond Ring Lois und die Diamond Ring Lois ist diese hier. Ja, mit Geldkarten. Das ist die einzige Geldkarte, die es gibt in der legendären Version ist halt dieses Back of Nickels. Dann kommt da hinten schon eine relativ gute Diamond Ring Lois raus mit 1-20-fach Revanche und 26-fach Leech. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand tatsächlich Back of Nickels spielt. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, die Combo Lois-Griffin und Back of Nickels ist, denke ich mal, relativ exotisch. Aber, liebes Congregate-Team, solltet ihr dieses Video sehen, ja, als ihr da diese Combos, die ihr an andere Spieler verkauft hattet, äh, für alle Spieler zur Verfügung gestellt habt, hieß es in eurem Forum, in einem Statement, diese Combos werden ja nur Zufall. Ähm, sorry, ihr habt jetzt eine Lois-Griffin zum Kaufen und habt jetzt zweimal eine Lois- Combo hier bei den Masteries. Äh, ist das tatsächlich ein Zufall? Also, ähm, gestern war es die Rambo Lois, soweit ich mich erinnern kann. Jetzt ist es die Diamond Ring Lois. Würde mich freuen, wenn mal wieder was anderes drin wäre, als jetzt ständig nur noch Lois. Ähm, ne? Okay, also, wenn es euch gefallen hat, dann, äh, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und schaltet es das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Animations Flow oder mit mir, nehmt gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.